Drei Burgen Die Drei Burgen, Engel, Sri Kassels, auch Bebel Island, sind drei dicht beieinander stehende Sandsteinhügel auf dem Weg vom Gebel-El-Owe-Inner zum Wadi-Sora in geringer Entfernung zum Gilf-Kebir-Plateau in der ägyptischen westlichen Wüste. Diese Stelle wird meist gewählt, um hier eine Rast einzulegen. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs befand sich hier ein Fahrzeug versteckt der britischen Streitkräfte. Lage und Entdeckungsgeschichte Die Drei Burgen befinden sich knapp 20 Kilometer südlich vom Gilf-Kebir-Plateau und 37 Kilometer südöstlich vom Wadi-Sora entfernt. Sie sind damit auch vom Gilf-Kebir-Plateau aussichtbar. Zwischen dem westlichsten Hügel und dem östlichsten und zugleich größten Hügel liegt eine Entfernung von etwa 1,5 Kilometern. Die Formationen der Drei Sandsteinfelsen wurden 1932 von Laszlo Almazy entdeckt und Drei Burgen, Engel, Sri Kastels, genannt. Wohl von Patrick Kleten stammte die Bezeichnung Pebble Island, Deutsch-Kieselstein-Insel. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Drei Burgen von den britischen Streitkräften als Versteck- und Zwischenlager für Lastkraftwagen genutzt. Operation Salam Zu Kriegsbeginn wurde Laszlo Almazy als Reserveoffizier der königlich-ungarischen Luftwaffe von der ungarischen Armee eingezogen, die mit der deutschen Wehrmacht verbündet war. Im Rahmen der Operation Salam, auch Operation Salam, die am 29. April 1942 startete, hatte er die Aufgabe, den deutschen Geheimdienstoffizier Johannes Epler 1914, und seinen Funke Hans-Gerd Sandstede von der Oase Jalu, Gialo, aus hinter die feindlichen Linien zu schleusen. Die Route ging an Kafra vorbei über das Gilf-Kebir-Plateau, die Senke-El-Chaga nach Asyut. Auf demselben Weg kehrte Almazy wieder zurück, in beiden Fällen unbemerkt von den britischen Streitkräften. Die Agenten fuhren dann von Asyut nach Kairo mit der Bahn. Ab Juni 1942 lieferten Epler und Sandstede von Kairo aus im Rahmen der Operation Condor Informationen an das Deutsche Afrika-Korps. Im September 1942 wurden sie als Agenten enttarnt und zusammen mit dem Hauptmann Anwar S. Sadat, 1918 bis 1981, dem späteren ägyptischen Präsidenten, vom britischen Geheimdienst MI5 verhaftet. Die Agenten wurden 1946 aus der britischen Kriegsgefangenschaft entlassen. Die Operation Salam gilt als Almazes Bravour-Stück. Er wurde dafür mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Almazes Tagebuch gelangte auf ungeklärte Weise in den Besitz der britischen Long Range Desert Group und befindet sich heute im Imperial War Museum in London. Am 18. Mai 1942 gelangte Almaze zu den Dreiburgen, wo er ein Fahrzeug versteckt der britischen Armee vorfand. Er schrieb in sein Tagebuch. Zuerst gehe ich in die Höhle der östlichen Burg, um nach meinem alten Wasservorrat zu sehen. Den hatte ich 1932 angelegt und 1933 aufgefüllt. Acht gelötete Shell-Kanister mit Wasser aus Kairo. Dieser Vorrat hatte Major Bagnold und seinem Begleiter 1935 das Leben gerettet, als sie nur 24 Kilometer von hier einen Achsbruch an ihrem einzigen Fahrzeug hatten. Einige Kanister sind durchgerostet und leer, aber vier davon sind noch voll. Ich öffne einen vorsichtig, um das Wasser nicht zu verschütten. Wir gießen es in einen Kochtopf. Es ist klar und geruchlos. Jeder von uns nimmt einen Schluck von dem 1933er Jahrgang, und wir finden das Wasser ausgezeichnet. Sie fanden hier sechs neue 5 Tonnen LKWs, die hier geparkt wurden. Sie wurden zum ersten Mal benutzt, sodass der Kilometerstand am Tacho verriet, dass sie aus Wadi-Halfa gekommen waren. Deren Tanks waren voll, insgesamt mit 500 Litern Benzin gefüllt. Das Benzin und einer der Lastkraftwagen wurde von Almase mitgenommen und die restlichen Fahrzeuge mit Sand im Ölbehälter unbrauchbar gemacht. Anreise Die Felsformation befindet sich auf dem Weg vom Gebel-el-Uwe-Inner zum Wadi-Sura. Sehenswürdigkeiten Sehenswert sind natürlich die selbst. Diese Felsen besitzen zahlreiche durch Erosion entstandene Löcher. Im Umkreis finden sich glatte Kieselsteine, die es in dieser Form nicht mehr an Ägypten gibt. Es finden sich auch Überreste aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Hierzu gehören alte Reifen, Schellbenzinkanister und Dosen für Lebensmittel. Die einstigen Weißblechbehältnisse sind durch Oxydation heute schwarz. 25 Kilometer Kilometer weiter nordwestlich trifft man auf ein zurückgelassenes Konvoi-Fahrzeug, einen 1940er. Küche auf der Strecke vom Gebel-el-Uwe-Inner zum Wadi-Sura legt man hier üblicherweise eine Rast ein. Unterkunft übernachtet wird hier eher selten, da die Entfernung zum Gebel-Käbier-Plateau nicht mehr groß ist.